Am 9. September 2019 startet die Bewerbungsphase für den Wettbewerb Forschergeist 2020. Gesucht und prämiert werden Kita-Projekte, die Mädchen und Jungen für die Welt der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik begeistert haben. Die Initiatoren des bundesweiten Kita-Wettbewerbs sind die Deutsche Telekom Stiftung und die Stiftung Haus der kleinen Forscher. Liebe Erzieherinnen und Erzieher, mit dem Wettbewerb möchten die Initiatoren ihr tolles Engagement für das forschende Lernen in Deutschlands Kitas sichtbar machen und wertschätzen. Mitmachen lohnt sich. 16 Landessieger bekommen Besuch vom Forschergeist-Mobil und werden in ihrer Kita mit einem eigenen Forscherfest geehrt. Zudem werden sie zur feierlichen Preisverleihung nach Berlin eingeladen, wo aus den Preisträgern fünf Bundessieger gekürt werden. Jedes Projekt, was von den Kindern kommt, kann mitmachen. Das ist das Angenehme dabei. Es ist kein Druck dabei. Im Vordergrund steht eigentlich der Spaß der Kinder und der Spaß der Erzieherinnen und Erzieher. Man hat vielleicht ein Projekt. Man möchte gerne eins extra für den Forschergeist-Wettbewerb machen. Es gibt ein ganz tolles Fest, wenn man gewinnt. Und es gibt natürlich auch einen Preisgeld. Bewerben Sie sich mit Ihrem Projekt für den Kita-Wettbewerb. Alle Informationen finden Sie unter forschergeist-wettbewerb.de Lasst den Forschergeist frei!